Es ist mir eine Ehre, das muss jetzt Wort für Wort übersetzen werden, das ist sehr wichtig. Mit der Absicht erwähne ich Herrn Jerich und auch für ihn, die Begrüßung zu wissen als eine der neuen Managerinnen von der Stiftung, die wirklich hier sehr viel geleitet hat und sozusagen mit Autobahnen passiert hat und wo auch Herr Jerich eine sehr wichtige Rolle sozusagen in dieser Traffierung gespielt hat. Vielen Dank für den Respekt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.